Ja, mein Name ist Sascha Rabe und ich bin letztens gefragt worden, du hast ja jetzt die höchste Stufe erreicht innerhalb deines Vertriebes, was motiviert dich denn jetzt? Und dann war meine Antwort genau das, was mich vorher auch motiviert hat. Und zwar war mein Ziel niemals nur selber Direktor dieses Unternehmens zu werden, Direktionsleiter dieses Unternehmens zu werden, ich war ja vorher auch schon Bankdirektor. Sondern mein Ziel war es, andere Menschen zu fördern, damit die diese Stufe erreichen. Das habe ich noch nicht. Und deswegen unterstütze ich meine Partnerinnen und Partner täglich in dem Erreichen ihrer Ziele. Und deswegen arbeite ich heute genauso wie vor vier oder sechs Wochen oder vier oder sechs Monaten, daran meine Partner massiv zu unterstützen. Wenn du auch Unterstützung suchst, dann ruf mich an, dann schreib mich an.